Hallo Hi Du hast dich überhaupt nicht verändert Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern Kekse? Selbstgebacken Danke, du bist ein Schatz Lecker Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den du in vier Stunden heiratest Dreieinhalb Ich weiß, ich bin ein Schwein Kannst du mir irgendwann wirklich verzeihen? Von 2020... Das ist mein Handy, es tut mir leid Ich muss, das ist meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid Maiko, stehe Nein, ich habe nicht mehr Zeit, wenn ich mich nicht in einem Interview mache, stehe Ich kann nicht in einem Wochenende Ich war genau, wenn du hast Ich bin ja nicht in einem Wohnraum Und du musst nicht in einem Wohnraum Ich bin nachts Und du musst ja mal Ich muss nur einen Wohnraum Nein, ich weiß gar nicht Ich kann nicht in einem Wohnraum Ich kann nicht in einem Wohnraum Ich kann nicht in einem Wohnraum Gott, du lieb! Oh mein Gott! Kann ich dir trotzdem spüren trauen? Du bist ja helfbar. Jo, okay. Dann, jo, dann verspüren. Tschüss. Maiko, sovente Kastner, vasi. Lubim, ciao! Ich heiße Oliver Main. Und Ihre Funktion? Ich bin hier der Schulhausmeister. Ähm, wo sind Sie aufgewachsen? In Winsenluhe. Was halten Sie von der Patentiner Jugend und von der Patentiner Hütte? Ich finde es etwas schade, dass die Jugend aus dem Ort herausgegriffen wurde. Schade, dass sie nicht mitten im Ort irgendwie errichtet wurde. Ich weiß nicht.